da die leute Hallo, herzlich willkommen hier zur ersten Aufnahme vom neuen Format oder Projekt, würde ich mal sagen. Lappen Battle heißt das Ganze und das geht hier alles und es hat gerade gelögt. Scheiße, egal. Auf jeden Fall, es sind zwei, ich bin hier gerade in meinen Boss-Drohnen hier. Ich bin der hier, der Kommentator, Moderator, was auch immer. Ja, ihr seht schon hier eine, ja, so wie man sagt, Quest Station. Und, ja, hier kommen meine zwei Leute, wo einer schon gebootet hat, aber bitte fortreten. Ah, ja. Genau, jetzt halt mal auf zu schlagen. Okay. So, hier. Ja, auf jeden Fall. Hier ist die Quest Station, es gibt immer zwei Fragen und dann gibt es ein Battle, dann gibt es wieder zwei Fragen, dann gibt es wieder ein Battle, dann gibt es wieder zwei Fragen, dann gibt es wieder ein Battle. Genau, es gibt insgesamt sechs Fragen und drei Battles. Genau, und es leckt hier gerade alles hier, Mann. Gut, hier sind die Treasure Plates, wenn man hier drauf geht, dann ist er dran. Ich habe es schon getestet, es geht. Wir wissen es, dass es geht. Gut. Weiß es. Achso. Und jetzt? So, auf jeden Fall stelle ich jetzt zwei Fragen, das sind Schätzfragen, die ihr nicht auf die Treasure Blade gehen müsst, könnt ihr aber, wenn ihr wollt. Ja. Auf jeden Fall. Die erste Frage ist... Ja. Der erste Frage ist, wie viele Spieler passen in Battlefield 4 in einen Aufzug? In einen Aufzug? Schätzfrage, ja. Ich will keine genaue Zahl wissen. Ja gut, ich weiß eh, ich habe sie noch nie gespielt. Okay, auf drei. Was? Du kannst schon was sagen, schätzen. Ja, aber gleichzeitig. Weil sonst kannst du einfach eine Zahl höher sagen wie ich und dann alles ist höher, ist es ja richtig. Genau. Ihr müsst gleichzeitig sagen. Mark ist der drunter. Drei. Oder wir schreiben es in den Chat. Das können wir auch machen. Ja, das können wir auch machen. Wer nämlich wird. Okay. Ähm. Ich sage dann los, wenn ihr, wenn ihr... So. Habt ihr die Zahl? Die ihr wollt? Gut, los. Äh, ich habe mich vertippt. Ah ja, genau. Ja, wollte ich wirklich. Okay. Das lassen wir erstmal gelten. Äh. Ich habe das Enter nämlich auch zurückgedrückt. Das ist schlau. Zum Foto sagt 7 und zum Foto sagt 44. Ja, ein bisschen viel, 44. So. Nee, das ist bei der Spiel. Okay. Wie viele Spiele passen in einen Battlefield auf einen Aufzug? Ja, wie viele sind? So. Wer ist näher dran? Es sind... 64 Spieler. Dööööööö. Was? Wir können die alle auf einen an, die sind noch alle in einem gegnerischen... Also 32, 32, also maximal 23. Sonst bringen die sich eh gegenseitig um. Es dürfen... Es... Es können 64 Gegner, es können 64 deine Teammitglieder. Es können 32 von deinen Leuten, 32 von den Gegnern. eingesammt 64 spieler drucken da können auf zu uns wenn es bleibt und lasst den ich lerne okay das finde ich ein bisschen scheiße okay nächste frage so wieder eine scherzfrage punkt für sven natürlich wie viele spieler spielen täglich planet seit zwei acht gescheit ich habe jetzt eine zahl genommen die ich gefunden habe ok hast du es wenn ja bei 212 foto sagt 150.000 nein nein 15.000 ich hab den punkt nicht und sven 80.000 gut die richtige antwort ist 250.000 wow muss denn die zahl her google ach so wieder ich wieder ich also ich hab gegoogelt ja natürlich alles ja ja ich hab nur müller gedacht ja gar nicht schon will er werden auch mehr gut jetzt kommt ein kleiner cut und wir sehen uns beim nächsten beim ersten battle und ich sage ich dann bis gleich jo leute wir sind wieder zurück zum ersten battle und ich seht schon die zwei konkurrenten haben waffen und rüstung und die spielen hier gegen meine schönen verbündeten und die zwei sind im überlebenskampf wer länger überlebt hat gewonnen wer die meisten kills zumindest hat der gestorben ist schaut da oben zu in dieser glas decke ist in der room und lasst den fight beginnen würde ich mal sagen und ich würde sagen viel glück euch mir hat jetzt fickt alle nicht erst warum oh ja ja alles klar ja dann bitte wir genau grüßt du erst das Futter wird in den design genommen oh ja 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 ich krieg noch kills ja die wo ich angehittet habe ja die wo du angehittet hast aber ich habe jetzt eh schon gewartet ja eigentlich schon aber wir wollen sehen wie lange wir sind ja 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 ich kann ja 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 ne ja 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 der scoreboard glück und ja ich würde sagen wir sind uns das gleich wieder Sven ist hier Gewinner in der zweiten Runde von den Fragen das heißt dadurch dass die quasi zwei Punkte gegeben habe ich jetzt dann schon vier Reihen vier vertreten zwei Punkte vier Punkte ja vier Punkte und wir sehen uns gleich wieder zum nächsten Kursbettel Jolo der ist wieder da zum nächsten Kürze Bette mit Foto und Sven und ich bin wieder hier der Quizsteller für heute so jetzt ruhig mal Zettel hier gut die erste Frage müssen wir jetzt Wasser fragen bei der nächste erste erste Schätzfrage okay dann muss ich doch wieder F1 wegmachen und sich den Chat nicht alle bereit gut ja wie oft wurde Minecraft verkauft 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 Moment Moment ähm 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 bin mir nicht so sicher nein das ist nein das ist nein ich bin wieder neu aus nein das ist nein neun Millionen und Foto sagt zwei Millionen ja es ist weit entfernt alle beide aber das Spiel wurde schon 52 Millionen mal verkauft 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 muss ich eigentlich kaufen machte Scheiße Punkt ich bin wieder an sich die Köln die Fresse so jetzt gibt es eine Wasserfrage Wasserfrage okay so ihr müsst es hinstellen ihr müsst ja jetzt muss ich mich nur noch einen Schritt bewegen und Wasser schon weißt du ich müsste sich antworten Moment ja weiter wenn falsch ist kriegt der andere einen Punkt oder was ja oh ne 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 also hat der andere noch eine Chance wenn das auch falsch ist dann gibt es keine Punkte okay aus ihr wollt es andersrum nein ah du bist der Spielmacher nächste Frage was war das beste Spiel bei der Gamescom 2013 gewählt worden? ähm ach wie heißt es äh ähm ich gebe dir 5 Sekunden äh ich weiß es 1 jetzt musst du antworten Battlefield falsch ich gebe dir ich gebe dir an dir Sven ähm ich gebe dir 10 Sekunden nein ich würde jetzt sagen äh COD sehe ich falsch 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 Destiny hat den Award gekriegt ah was eben Destiny wäre ja 2 Tage Destiny hat den Award gekriegt ich habe das nachgeschaut Destiny war ein richtig geiles Spiel also damals so wird es nicht so toll aber hätte ich nicht gedacht aber ehrlich gesagt ich glaube ich glaube es war äh zweiter Platz war glaube ich sogar Betty Field ich bin noch nicht ganz sicher aber es war Destiny hat den Game Award bekommen so das heißt jetzt keiner Punkt genau gleich 4-0 5-0 5-0 5-0 4-0 nein 2 Fragen Battle und die erste Frage 5-0 5-0 5-0 über inveckeln wir uns gleich wieder zum nächsten Love Battle Yo jo Leute wir sind wir beim nächsten Battle ankeledt und wir spielen heute aufbauen oder wie ich ich das auch nennen will der die 2 müssen mir was bauen was mir am besten gefällt gewinnt ähm ja ihr bezkelt mein Spiel hab 10 Minuten Zeit zum Wurden los Ihr geht jetzt alle beide bitte schön an die Kisten, aber nichts nehmen bitte, nur vor der Kiste stellen. Keine Erinnerung, kein Dirt abbauen. Hier unten, ne? Achso, ok. Ja, da hätt ich jetzt auch gerade dran gedacht. Ich glaube nicht, doch, oder? Markus, kein Dirt abbauen. Nein, kein Dirt abbauen, kein Dirt abbauen, genau, wieder angefallen. So, wenn ich los sage, dürft ihr die Sachen aus der Kiste nehmen und anfangen zu bauen. Ihr könnt eure Kreativität freien Lauf lassen. Ich lasse mich überraschen. Ich werde das nebenbei kommentieren. Was sollen wir jetzt bauen? Was du deine kreativität, ein Haus bauen kannst du, du kannst ein Tower bauen, egal was du willst. Das muss mir am Ende nur gefallen, weil ich ja der bessere Bauer von uns dreien ist. Kriegen wir noch Werkzeug, falls wir uns verbauen? Wäre ne gute Idee. Ja, wir können ja anfangen und du kannst es uns dann noch geben. Genau, wenn ihr was wollt, dann sagt es, dann gehe ich runter und gebe euch die Sachen. Also, nicht von den Bergmaterialien natürlich, sondern von den Spitzhacken oder Axt, was ihr auch wollt, dann sagt ihr mir Bescheid. Gut, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, los. Ihr habt 10 Minuten Zeit. Ach du Scheiße. Ja, das brauche ich, das brauche ich. Du brauchst alles. Das soll ein bisschen schwieriger sein, ne? Natürlich. So, alle weisen noch an den Kisten. Ihr habt noch genug Zeit hier. Noch was zu denken, was ihr macht. Ja, schmeiß mir mal eine Spitzhacke her. Gut. Ich gebe euch eine Diamantsspitzhacke. Mhm. Oh Mann, Alter. Nein, ja. Wo? Du, 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 du. Du, 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 du. Das brauche ich nur. Das brauche ich nur, das brauche ich nur. Sven machst hier eine Holzkonstruktion. Nicht laut! Du musst dich muten, nicht das 700 tue, was ich tu. Ach so, ok, dann höre ich mich. Das ist ja unfair. aber ich kann aber ich kann ja nicht aus dem spiel ausgehen was haben wir spendet jetzt noch mit ihr hast du kein short cut gelegt so leute es war gar ein fehler von vaps und test und so und jetzt muss sie ja weiter gebaut schon und ich kommentiere jetzt hier weil es irgendwie nicht funktioniert mit ps ich brauche wieder eine spitzhacke eine spitzhacke wenn er nach fast zehn minuten kommen jetzt mit der spitzhacke wie ist das eigentlich mit dem zweiten wasser einmal mit einem wasser einmal kann man ja keine unendliche quelle machen ist schon mal ein bisschen erschwert sind schon fünf minuten rum die haben schon länger gebaut und ihr habt noch fünf minuten zeit ok du machst da hier ein und der klinge ein kanal sieht aus wie sind und zwar macht hier auch irgendwas so ein ferienhaus langweilig ich weiß nicht die unterschiedlichen blöcke wenn ihr verwendet fotos irgendwie nicht du hast du machst nicht weiter komischerweise du bist nicht qualifiziert würde damit sagen ich überlege gerade wie es hier weitergehen soll ok ok fehler gemacht würde ich jetzt hier total gut überspielen Sven hat gerade irgendwie Terraso Damage bekommen wenn ihr essen braucht wenn ihr essen braucht ne dann zeigt es mir auch nö ich hunger irgendwie gar nicht ich auch gerade nicht ah ja ich weiß warum wir hungern auch nicht Survival Mode ja ne weil Difficulty of Peaceful oh ok fuck 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 hab'n Fehler gemacht oh Sven hat'n Fehler gemacht dass wir jetzt mal hier gucken oh da muss ich ja jetzt alles wegbauen wieder ja Symmetrie und so oh ja das ist wichtig das werde ich auch drauf achten so ja ja ist klar das ist doch einfach premium mir gefällt's ja mir muss es gefallen nicht dir es geht dir es geht mir ein scheiß trick an ob es dir gefällt oder nicht ich hab'n man ich hab'n keine Ahnung was Twitter about ey ja das ist ja das ist spannend ja was soll's dir so sein aber er macht irgendwie die ganze Zeit dasselbe und äh er hat noch 3 Minuten das soll ja auch noch für was aussehen ja aber 3 Minuten ich würde mal langsam mit dem Ding anfangen 3 Minuten ich bin fast fertig echt jetzt ich würde echt mal ja ok ich kann dir jetzt keinen Tipp geben weil sonst 3 Minuten ist ja voll unfair 2,5 Minuten nein doch naja gut das ist wieder verbaut äh ich ich ja nein soll das so sein die hier oben sind zu hoch achso das war aber ne ja das meinte ich mit äh verbaut aber das ist nicht verbaut gewesen hab ich mir anders überlegt ok ich brauche da auch noch ne Axt wenn du grad dabei bist ja du kriegst natürlich ne Axt ich geh jetzt mein Foto dort und ein Dipp nein du gibst ihm keinen Dipp ja ich will keinen Tipp meins sieht einfach premium aus das Gewinn achso so ich hab noch ne Stacks ach ich hab noch ne Stacks so ein Dicks das ist praktisch das ist heil ich bräuchte jetzt noch irgendeine Lava oder so irgendwas ja gibts aber leider nicht nein leider Foto ich würde jetzt mal langsam etwas anderes überlegen ja langsam wir sind noch 2,5 Minuten das ist gut so wie es ist das das ist mir egal die Zuschauerin und Sven hier sieht schon aus dass er gar nicht mehr Chance hat Sven muss sich langsam entfallen lassen was die Zuschauerin werden dann sagen was gut und was schlecht ist die Zuschauerin werden dann sagen was gut und was schlecht ist die Zuschauerin sagen wie Schack meins ist gut das muss mir aber gefallen nicht dir ja mir gefällt das ist mir egal ach fuck doch nicht nein 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 das war die letzte Minute läuft wenn noch eine Minute Zeit ich mach mal hier nach oben wie es aussieht ich mach mal hier nach oben wie es aussieht wie lang noch ihr habt noch 20 Sekunden also Foto wenn sie jetzt nicht weiß gefällt dann musst du langsam jetzt etwas ändern nein mir gefällt das ist gut gut 20 Sekunden nur noch dann bräuchte ich wieder noch eine Schaufel wieso eine Schaufel du darfst du gar keine Dirt abbauen oh stimmt oh stimmt das wollte ich ganz sagen ja er ist disqualifiziert er hat Dirt abgebaut du bist gleich disqualifiziert wieso wenn er Dirt wir haben eben gesagt keinen Dirt abbauen er hat Dirt abgebaut ich kann doch mit der Hand Dirt abbauen das seht ja eh gleich nein kann ich nicht und wenn er jetzt Dirt abgebaut aus zu sehen hat und wieder hingesetzt hat dann ist kein Problem und Schluss stopp 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 ich hab ich schon überzogen aber ja wir haben ja auch einen Cut gehabt 15 Sekunden ihr habt ja genau genau jetzt hört ihr alle aufhören zu bauen alle gehen bitte zu den Druhnen wenn er von 15 Minuten nicht draußen gebaut hat nein erst später in den zentrum gut alles rein machen war der mal was ist das gucken was du guckst jetzt nix ja okay wir hätten ich hab's doch vorhin richtig gemacht fack egal also die erste schicht dort hätten wir abbauen dürfen doch hätten wir gesagt es hat nur ein grund ja ist jetzt eigentlich ja es ist schon wohl ist wirst die zwei konstitutionen sind fertig jetzt will ich mal euer urteil wissen wie viel gefällt euer konstrukt sehr gut darf ich gucken nein das sind auch nicht gucken also meins ist ein schönes landhaus mit innen brunnen ist ja gut muss ich sagen da würde ich glatt drinnen einziehen wenn ich über das wochen immer weg fahr ich erst mal hier ist jetzt ja da könnt ihr es auch sehen natürlich was ihr futur schönes gebaut hat aber beim kommentieren soll ich jetzt schon mal anfangen marcus dann ich habe es jetzt immer hier ich bin jetzt hier gerade bei futur in seinem konstrukt und nein ich meine für die vorbewertung das kannst du gerne mal habe ein kopf gebaut mit haaren ein gesicht mit mit augen und haaren gemacht das ist ein gesicht sein ja das ist das ist sehr kreativ jetzt wo ich hier ja und eines ging es ging darum irgendwas zu bauen was ja mit bar dass dieses packstein soll barter stellen und die weißen sollen die zähne darstellen ja das verstehe ich schon gute kreativität gut jetzt schauen wir hierbei das wändchen vorbei was ich will auch nein erst später so führte erst wenn du wirst du ich bin grad vorbereiten auch er macht die grad bitte okay jetzt sieht ein konstrukt scheiße aus weil aufer ja stimmt ja darum habe ich gesagt dass es wieder weil ich das gerne anschauen will gut jetzt sind kompetent bin über dir ja kommen bitte ja ich bin hier ja wo denn so hier geht er hinter die mauer bitte weiter dahin so erklär mir bitte was das darstellen soll das ist ein hübsches gartenhaus für den ländlichen betrieb einfach das kann man sich in den garten stellen mit schönen pur schön warm sommer kann man sich ein bisschen hinlegen und so schön warm und so er gute lichteinstrahlung sind herme weißt du mit quelle aus dem boden okay das wohl dort abgebaut das muss ich jetzt sehen das muss ich jetzt in spitziert das war doch da wo meine wand unsymmetrisch war okay das ist das glaube ich schon okay das lassen ich habe mir die note gegeben für mein gebilde ja ein flaches dach das werden runter bitte so was was würdest du sagen für dein konstrukt mein konstrukt ist eigentlich cool muss ich sagen ich kann nichts ich kann es nicht sagen was für eine note ist bekommen das musst du beantworten ich kann mich jetzt nicht beeinflussen ne 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 es ist nämlich keine tippe ich kann ja schon meine ich kann es schon mal herren ein entschuldigung getroffen haben aber schwer note wissen was ihr von eurem konstrukt haltet also ich finde mein konstrukt eigentlich ziemlich gut muss ich sagen echt sehr gut ja eine zweite das werden zeigen dass die gucken dass wir doch nicht gucken ich habe meine note an die wand geschrieben das kannst du zeigen von mir aus mit dem t ein 1 minus okay ja wo bist du für kreativität für kreativität das erzählt nicht zum konstrukt weil das so nach der tippe gebaut wurde natürlich ich habe so eine note geben jetzt war es meine note so jetzt darf ich aber gucken gut nein dass du nicht auf jeden fall wir sehen uns gleich wieder zur entscheidung die ich fallen werde genau bis gleich so leute ich habe hier gerade hier eine entdeckung macht oder futura hat eine deckung gemacht ohne futura wäre hier gar nicht dazu gekommen wenn hat hier dort abgebaut wie gesagt gute seite hier das qualifiziert schnauzen sagt dass der punkt an futura gehen soll aber weil es ja das erste lappenbattle ist würde ich sagen wir lassen es noch gelten nö obwohl es eigentlich gesagt wurde ja das ist das sind zwei punkte für mich dann schätzt nur noch fünf zu sven was sagst du sollen soll das ist eine diskursion das muss der schiedsrichter entscheiden das ist eine klare regelverletzung das ist kein diskussionsbedarf fünf zu zwei ich habe gewonnen gut der zb gewinnen würde dann kriegt er komm hier rüber was ähm ich habe keinen mehr dach kriegst du würde ich sagen einen halben punkt mehr du hast dir jetzt die häuser angeschaut ich habe die häuser angeschaut aber das wenn ich ja gerade vorbereiten ich lasse es noch gelten weil es ja die erste folge noch ist noch gelten bei der nächsten wird es eine diskualifikation geben ich habe jetzt alles aus der höhe entfernt bei beiden also hier da hast du quasi noch mal einen blick ohne die blöcke aber ich würde sagen es war auf jeden fall ein regelverstoß das war ein regelverstoß auf jeden fall also das muss auf jeden Fall mal in der Bewertung groß bemängelt werden genau muss in der Bewertung groß bemängelt werden es ich werde mal überlegen ob es einen Minuspunkt geben wird das kann man natürlich das ganze Spiel entscheiden äh nein kannst nicht ich hole nur auf Sven äh du holt auf genau und wir sehen uns gleich bei der Entscheidung wieder wenn hier alles fertig ist könnt ihr auch ein bisschen sehen dass hier alles verändert hat und ja eigentlich ist jetzt hier alles fertig genau gleich wieder tschüss jojojo Leute und damit übergebe ich aus der Moderatoren Kamera zurück an Markus genau ja hier jetzt nimmt Sven auf für mich weil ich ja die Entscheidung treffen soll er nimmt die zwei hier auf die ich Entscheidung treffe ja letzte mal habe ich entschieden dass es vielleicht einen Minuspunkt geben wird wenn ich wenn ich was waren das jetzt es gibt kein Minuspunkt da gab es keine Diskussion darüber das ist ein Regelverstoß ich entscheide jetzt was mir besser gefällt genau mhm so es kann jedes sein seid gespannt vielleicht weiß es ja schon jemand ich weiß es nicht auf jeden Fall du solltest wissen was du entscheidest nach oben tun und hier nochmal alles blicken so oh Spannung Spannung Leute Spannung ich werde jetzt dann noch was sagen wenn es hier in die Luft fliegt ach werde ich dann noch was sagen warum ich das gewählt habe ja jetzt bin ich gespannt warum fliegt hier was in die Luft ja jetzt entscheide dich so das heißt wenn was in die Luft fliegt kann es ja nur Futur sein weil er ist ja der einzige der TNT platziert hat Entscheidung das ist es links rechts rechts links Juhu Juhu Huh Hehehe Hehehe Juhu 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 gewonnen S�, ich hab eine Entscheidung getroffen Futur hat natürlich mehr Kreativität gehabt dein Kopf und so also es sah auch schön aus wie Sven seins also sven denkt daran das bauen sogar das bett zerstört nein da war eine schicht erde da war eine schicht erde gut auf jeden fall hat das erste spiel erste battle gewonnen er setzte sieg ich sage dann ist uns gleich wieder zu nächsten kris bett hier leute wir sind wieder da bei der kris runde letztes mal beim bett hat futura gewonnen steht insgesamt fünf zu zwei noch fürs wenn für natürlich noch gewinnen muss jetzt aber eine frage richtig beantworten wird er aber nicht ich gewinne ich so die erste frage ist eine genaue frage ich will genaue antwort wissen also war es noch nicht was dann wasser ok man erschien das erste spiel der welt 19 86 oder 84 das war pong erste spiel war punkte ich mir weiß 1952 ich weiß nicht was für ein spiel stand da nicht da war 1952 stammt da nur wo man wird rum weil das erste spiel also kein punkt so sechste frage ich will die genaue antwort wissen wann erschien unser kanal zusammen am 9 11 2014 nein aber wichtig 1 der elfte das war richtig nein das war nicht richtig natürlich richtig gewählt guck mal sogar der gegner sagt oder er ist der elfte war mein geburtstag zwei tage später am sonntag natürlich 9 11 war richtig disliked den ähm lappenking congratulations mein freund 5 zu 3 nächste frage ja das war richtig ja bis zum samstag sonntag denn um 0 uhr haben wir es gemacht zu sagen dann war der neunte um 0 uhr haben wir es dann veröffentlichen um sonntag genau ja dann ist falsch ja das ist ein 0 uhr sonntag früh gewesen die sind 9 11 ok gut erst der futter richtig gab 53 beim letzten battle muss jetzt ok es ist jetzt eine runde beim letzten das gibt es ja das drei punkte zwei zwei ok das entscheide ja das letzte quasi alles also zwei punkte so der futter muss jetzt gewinnen dass sie ja noch ausgleich macht dann gibt's noch ein anderes battle ein gewinner battle und wir sind gleich wieder mit meinen fehlen und bis gleich bis gleich ist hier leute wir sind am letzten battle angekommen bei planet 2 1 1 1 Ja, wir spielen Planter 2, das letzte Battle dieser Folge, die Regeln. Alle zwei spielen gegeneinander natürlich in einer Base. Die müssen alle beide nach einem Tod die Klasse wechseln. Also wenn zum Beispiel Sven stirbt und Futur ihn getötet hat, dann muss er auf die Leichtangrissanheit wechseln und Futur bleibt mit seinen Spionen. Am Ende ist natürlich die Max-Anhalt die letzte Klasse. Wer damit stirbt, hat verloren. Und ja, das waren eigentlich die Regeln. Sven ist, was bist du, NK und Futur ist Terana. Und ich sage dann, nach diesem Schuss, es geht los mit dem letzten Battle. Jo, ich checke noch aus, es ist jetzt alles stimmt. Los geht's! Los geht's, jetzt dürft ihr hingehen. Bitte mich nicht töten oder versuchen mich zu töten. Geht noch lieber alle in den Sandor rein. Ah, hä? Ich dachte, es geht los. Es geht los, ja. Es geht los, es geht los. Weil du gerade gesagt hast, in den Sandor, ach so, noch mal rein. Ja, noch mal rein, dass da dann... Stimmt, meine hat nur noch 16, ich gehe noch mal rein, hast recht. Vielleicht versuche ich mich nicht vorzudringeln. Ja, natürlich versuche ich hier... So. ...möglich nicht mich hier zu tarnen, weil es kann niemand fürhören. Du kannst die Speer-Tarnung nehmen beim Spion. Dann bist du immer unsichtbar, ja. Okay. Und die hebt auch immer. Dann gehe ich mal schnell hin. Jetzt passiert ja noch nichts viel. Geht schon los? Ne, oder? Ja. Du kannst jetzt loslaufen. Nein, aber das Problem ist, ich kann keine Waffe... Ja, mach ich dich mit dir platt. Wo ist denn die Speer-Tarnung? Ist die bei Tarnung, oder? Die ist bei Jäger-Tarnung dabei. Also quasi eine Spion-Tarnung ist das. Du bist doch Spion, oder bist du leichte? Ich bin Spion, gerade. Ja. Du bist Spion, kannst du die benutzen. Was ist denn ändern, Tarnung? Wie heißt die? Ah, meinst du gut schon, du Lacker. Ist man gestorben? Noch nicht. Nein, aber ich habe ihn gut eingeschenkt, glaube ich. Ah. Ich finde diese Scheiß-Tarnung nicht. Nicht so wirklich. Ja, dann... Werde ich mich weiß kleiden. Mit und leichter bin ich jetzt. Wo ist der? Mit Spion ist es halt ziemlich schwierig, weil du es siehst den anderen einfach nicht. Ah, okay. Das sind die Ärzten. Ich bin da auf dem Berg. Ich bin da auf dem Berg, wenn ihr das wobei wissen wollt. Die Speer-Tarnung hat auch ein Verfallsdatum. Nein, wenn du dich nicht bewegst, nicht. Also wenn ich mich nicht bewege. Ich bewege mich leider. Ja, ich weiß, dass du dich bewegst. Also ich muss aber in den Umkreis von on the thing bleiben, gell? Von der base. Natürlich, ich bin sogar genau in der base. Ich habe sogar Markus gerade geortet. Ich dachte, er ist auf dem Berg. Markus, bist du leichter? Ja. Leichter. Nicht, dass ich jetzt hier irgendjemand anders eingemischt hat. Du bist jetzt noch ein... Damage. Ich habe dich gehört. Markus, Leichter ist dann bist du der Einzige, was hier gelogt. Ich sehe auch hier nicht so viel, weil er unsichtbar sollte. Gelogen sollte. Geister. Er ist irgendwo hier in der Nähe. Markus, ist leichter? Ja, Markus ist leichter. Ja, ich... Futter, rennt weg. Du bist dein kleines Mädchen. Ja, komm doch her. Versuche ich schon die ganze Zeit, dich ins Sissier zu kriegen, aber... Immer wenn ich dich im Visier habe, rennst du weg. All doof. Ja, von dir. Nein, von dir. Nein, von dir. Dass du mich hier töten willst. Ja, das ist der Sinn davon. Mich eh nicht. Von dem her. Die ganze Zeit schütteln halt mal. Ich sehe keinen. Ja, toll, jetzt habe ich einen Markus gefunden. Ich habe jetzt so, yes! Spotter, und dann ist es ein Wanu. Perfekt hier, Alter. Futter, ich höre dich doch auch die ganze Zeit. Echst. Echst du? Ja, so, aber du darfst mich zu ballern? Ich weiß nicht. Wenn ja, war das ziemlich daneben. Ah, ne, du bist da hinten bei Markus. Du warst da, ich weiß es. Habe ich glaube, wieder Markus gesehen oder Futur? So, wieder Markus. Ich habe dich gesehen. Markus, verpfiff dich. Scheiß, Pflanze, das sieht aus wie ein Mensch. Nein! Erste Ding. Bitte alle an den Sandor zurück. War er doch da. Scheiße. Ja, ich bin aber nur gekommen, weil ich dich und Markus die ganze Zeit auch rumrennen sehen. Ja, dann muss ich jetzt auf Leichte wechseln. Ja. Ich muss mich wieder einmal kurz in den Sandor reinsetzen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Pass auf, dass der nicht weggeht. Ja, falls ich habe ja hier spawnen. Also, stimmt, ja. Es dauert einfach so lange hier hochzurennen. Ich glaube, ich fahre den Sandor noch schnell runter. Oder, Markus? Das ist mir egal, Alter. Das ist nicht. Das ist halt so. Weil, das ist halt echt abgefuckt. Echt? Ich fahre einfach runter, die haben ja Fehlerungen. Ja, die Frage ist, ob er dann kippt. Das wäre halt das Problem. Ja. Lass ihn doch einfach stehen. Wenn du eh hier spawnen kannst, ist es ja egal. Bitte appariert schnell. Aber man geht nicht. Lass ihn doch stehen. Mach mal weiter. Komm, komm, komm. Ein, zwei, zwei im Gebiet, weil ich in der Space drin bin. Ja, du kannst ja eh hier spawnen. Mach mal. Ja, ich hoffe, dass das klappt. Gut. Das heißt, ja, aber ich kann hier nicht auffüllen. Da muss ich zurück zu meinem spawnen und nochmal... Ah, da drüben kann ich auch Muni auffüllen, dann gehe ich da hin. Ja. Also, ich bin beim Sandi, dann könntest du gleich die zweite Runde. Ja, ich bin jetzt dann quasi genau auf der anderen Seite der Base bei dem Munitions-Termal der... ...NCs. Ja, dann soll ich mal. Dann soll ich los. Dann soll ich los. Ja, ich sage, ich habe ja gesagt, ich sage dann gleich los. Gut, los. Okay, los. Es geht die zweite Runde. Ah, aber jetzt muss ich mich echt sneaky anstellen. Ah, wieso, du hast ja Vorteile jetzt? Du kannst ja jetzt... Ja, aber jetzt muss ich die Vorteile nutzen. Gerade eben habe ich sie nicht genutzt. Ich bin gerade... Oh, Markus, die ganze Zeit hat sich barumgelaufen. Ah, okay. Ja, ich habe Markus wieder gescoutet. So, jetzt mache ich mal... ...die von zum Nutzen. Markus, siehst du uns eigentlich die ganze Zeit, oder? Ne, ne. So, ich sehe, Mann, diese paar Leute, also... Nein, ich sehe Markus wieder. Ich sehe Markus wieder. Also, ich habe einen Kampf miterlebt, auf jeden Fall. Ja, ja. Ich bin ja extra an dir vorbeigelaufen, damit du mich siehst. Ja. Wo ist der Helle versteckt der sich? Alter. Das ist jetzt interessant. Ich glaube einfach, das wird so ein ewig Ding. Ich hoffe es nicht. Wie übrigens, das hat mit der Tarnung, das ist halt sehr schwierig. Markus. Ah, du siehst Markus, gut zu wissen. Ja. Den habe ich nicht auch gerade gesehen. Dass ich mich jetzt nicht mehr tarnen kann, das ist mein Problem. Jetzt ist es auch mein Nachteil. Den Vorteil hast du halt, dass du... Du musstest nur da hinten sein. Hörst du schon, du musst doch jetzt irgendwo hier rumrennen. Wieder Markus? Ja. Ah, da hinten ist der Futur. Gesehen. Was? Hast du es gut, du? Hast du mich gesehen? Nein, niemals. Niemals, ja genau. Aber ich dir jetzt glaube, oder wie? Ich weiß echt nicht mehr Zeit, Alter. Ey, Markus, ich bin... Siehst du mich nicht? Ja, doch, ich sehe dich. Also muss ich jetzt Markus suchen. Jo, da muss ich noch mal einen kurzen Wechsel machen. So. Ich muss dann auch meine Strategie ändern, weil Pulsos seine Strategie ändert. Nein, das ist er nicht. Alter, ich habe gerade so ein Scheiß-Blendezeit-Geräusch direkt neben mir gehört. Bin ich schon erschrocken, ey. Wann der rum? Überall, nämlich da, wo du bist. Ja, eben, ich sehe dich ja nämlich nicht. Das ist mein Problem gerade. Mein Problem ist, ich sehe dich auch nicht, obwohl die ganze Base vermint ist. Hm, nicht wirklich. Wie kannst du so vieles schießen? Ach gut, ich habe die Wache nicht aufgerüstet gehabt. Wie konnte ich das zwar... Ich habe sie vollgerüstet auf fünf. Und ich kann ja immer wieder Muni auffüllen. Wie, wenn du die so schießt, dann musst du... Keine Ahnung sein. Hat jetzt Markus geschossen oder du, Guter? Ja, ich habe geschossen. Warum schießt du? Warum? Ihr rettet. Ja, ich bitte, ich rettet. Dann hole ich dich weg. Ja, schieß halt mal. Für ich? Ja. Und, mich gefunden? Doch. Echt? Ja. Der war schlecht für dich, wenn du mich jetzt gefunden hast. Für dich ist es schlecht. Nein, für dich. Warum für mich? Weil ich weiß, wo du bist. Glaube ich nicht. Doch, ich glaube schon. Aber ich hatte Pings. Ja. Hast du nicht in einen von denen reingerannt? Nein, die waren sonst schon weg. Nein. Der letzte Ping hatte ich nachgescoutet. Oh Mann. Machst du das Foto jetzt eigentlich leichter, ne? Ja. Also nicht, dass ich jetzt hier die ganze Zeit nur Markus als leichter denke und dann... Ja, bloß nicht stehen bleiben. Mit deinem Sniper kannst du mich nicht im Laufen so leicht treffen. Ach, ich habe schon ein richtiger Sniper. Ich bin schlecht im Sniper. Das solltest du langsam wissen. Hey. Wie lange ich mich bin. Dann habe ich mir eine Sniper geholt, mit der ich dich auch treffe. Na, Autosniper. Da, Mann! Verfolgst du mich? Wer? Wenn? Ja. Natürlich verfolge ich dich. Ist der? Ach, das ist schon länger, dass ich weiß, wo du bist. Ich habe dich nur noch nicht ins Saisir bekommen. Hang auf! Hey, Markus könnte ich schon wieder wegholen. Mhm. Ich habe dich auch schon... Ja gut, er versteckt sich jetzt auch nicht großartig. Er zeigt dich. Ja, er zeigt du dich! Hey, Mann, schön. Hey! Oh, das war dämlich. Das war richtig dämlich. Problem ist, solange Sven noch als Speer unterwegs ist, ist es schwer. Wenn er es leichter, sieht man sich ja leichter. Aber wenn er sich tarnt... ...ist mich schwer. Wir finden. ...ist mich schwer. Hey,mann. Was ist es? Ein appointment ist ein, ähm... ... processiert mich der couleur ich das gemacht habe. gerade eben das war echt jetzt lachen das heißt ich muss jetzt auch mit meinem jumper los so ich bleibe die klein jetzt wird es einfacher zu spielen ja meinst du ja ich muss jetzt kurz mein sony nehmen zu heilen ich leichte du leichte und los geht's oder ich bin noch nicht da war ihr könnt gleich ich kann halt auch teleportieren durch den teleporter darüber ja dann gehe ich mir über zum amorturm ja ich bin jetzt da wo wir gekämpft haben ja gut dann geht das heißt es ist jetzt so einfach ja ich lauf gerade auch richtung am motor nein da laufe ich jetzt in bleibt du an deinem teleporter ich bin jetzt auf der anderen seite weil siehst du mich ja ich hätte ich halt gesehen glaube ich wenn das was also wir können loslegen er kann das gehen so die dritte runde der untersteht ins 1 er beziehungsweise leichte gegen leichte jetzt ja jetzt gleich 21 sie haben mich wenn ich mich natürlich da ich dir nicht ganz oh da wurde jemand schon gespottet ich bin es also sonst hätte ich sich ja viel aber ich mache das schließe weg ja ich bin besser im besten hin am motor das ich bin gerade auf am motor wenn ihr das wissen wollt ok jetzt bist du ok das finde ich ja mich schon wieder gespottet es war ich habe mich gespottet so jetzt bin ich wieder von amorturm weg jetzt bin ich auf ein stein nicht weg rennen ich habe mich selbst umgebracht ja mann voll schaden ich habe zu spät gebremst ja gegen futters einmal habe ich keine chance mit der shotgun nach der schule schießen musste auf distanz weil jetzt gehen die runden schneller aber jetzt war wenn ich dann mal wieder eine waffe mit der ich dich auch holen kann das ist jetzt die sache machst du im nahe oder fernkampf ja was wohl wenn du leichter bist du bist jetzt sunny du bist leichter also was würde ich wohl gehen der nachteil ist einfach dass ich einfach ein leichter spieler bin ja mit der leichten das futter richtig gut also ich gehe wieder rüber zu a und du gehst wieder zu seinem teleporter ja oh mein sander ja das sollst du mal reinsetzen reicht es noch ja ja 3 minuten noch ok ich bin bei a mein sander ist richtig ausgerüstet noch nicht los noch nicht ich bin glücklich in meiner klasse ich bin glücklich in meiner klasse das passt und das hier passt auch die ausrüsten gut ich muss noch durch den teleporter und dann haben wir es ok bereit ok los rund vier von sechs sind es glaube ich maximal maximal sind es zwölf runden zwölf runden sind es ja maximal 11 11 stirbt es herum 11 runden nummer 4 hammer steht 3 zu 1 für mich 12 12 und jetzt habe ich leichte vorteile gegen das leichte vorteile was ein wortspiel 12 wo ist der action schon ich bin ich dabei ich bin ich dabei ich deck das nicht an meinem sanderer fach auf erst mal wieder regenerieren ich bin es ich bin es ich bin es da wo im berg ist da erstmal hier safe du nicht safe spielen du bist raus du bist hier nur kommentare du bist hier nur gedulde manchen killen wie viel hast du noch gehabt ich hatte noch schutzschild sogar boah die pflanze ist aus wie ein mensch ja eben die habe ich eben auch gehabt ich mag darum ja nein gut du erzähl dich ja ich bin doch hier ja du bist auf deinem scheiß dach wer weiß wunder von deinem dach wenn du mir sagst wo du bist komm ich zu dir ich bin bei deinem haus weißt du nein bist du nicht aber voll ja Fallschaden verhindern mal Nein! Nein, 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 nein! Menjung! Oh! Jaaaaaaah! Oh, der Svaristich! Nein! Ich sehe aber nur, dass er keine Waffe hat und wusste ich ja. C4, Alter, 100%ig! Ey, Futter, du bist ein kleiner Pistar, ohne Scheiß! Uuuuh! Warte, mir das aufs Arsch gesetzt, oder? Ja, du wärst perfekt. Du wärst hundertprozentig verreckt. Ja, ja, ich wär nicht mehr weggekommen, ne? Leichte gegen Ingenie! Ich hab dich so gut getroffen! Puhuuuh! Das war jetzt aber fies, ne? Ey, ja! So, wirst dich bitte! Oh, Gott! Aber das hast du alles auf Band, Markus, oder? Ja, das hatte ich auf Band, ja! Ja, das war da richtig geil, weil ich sehe so, Markus, ich sehe so nicht, schieß es auf sich und auf einem Bumm fliege ich in ihn hoch. Aber ich hab... Ich sehe einfach nur so... So, Futurrent ohne Waffe, okay? Und ich so, oh, C4, okay, Sven ist dauernd. Da hast du dem Moment mir auch gedacht, warum fliegt der weg und schießt nicht? Nein! Bamm! Sooo, ich bin gleich wieder bereit. Nur kurz ne Sandi setzen. Ja, das hab ich grad eben auch gemacht, hab bei meinem... Weil ich aus dem Fenster gefühlt bin, um Falsch anzuverhindern, bin ich auf mein Sandi gefühlt. Ja, da hab ich dich gesehen, deswegen hab ich dich da verfolgt. Ja, und dann hab ich dich so gut erwischt. Weil du in die falsche Richtung geguckt hast. Ja. Ja. Also, ich bin bereit. Ich hab auch schon Markus wiedergefunden. Ah, ich bin erst... Ja, jetzt können wir anfangen, ich bin bei A, jetzt hat dort noch ne... Okay. Jetzt muss ich die Inchi wegmachen. Danach wird's schwieriger. Ja, die Max, ja, das wird auch nicht schwierig. Solange du deine Leichte hast, wird's nicht schwierig für dich. Ja, stimmt auch wieder. So, jetzt kommt Inchi. Naja, der müsste ich auch noch locker packen. Warum kippst du den Punkt? Ach so, weil ich dran vorbeigerannt bin. Oh, das kann ein Fatal sein. Ja, eben. Da darf ich nicht dran vorbeirennen. Gut, hör. Sehst du mich? Verstecken. Seck mich nicht. Nee, niemals. Ich nutze nur meine Vorteile aus. Aber ich hab so Glück gehabt, dass ich dich mit der Leichten, dass ich diesen Spion da weggezogen hab. Effe. Gut, aber wo bist du? Bei... Aboraxicum Substation. Echt? Ja. Jetzt hin. Schon wieder gesehen? Ich hab dich schon wieder gesehen. Ich aber nicht. Ja, dann geh da mal wieder hin, dann ziehst du mich. Oh! Ah, Mann! Oh! Geißel! Wo ist er hin? ich habe keine chance gegen foto keine chance ich treffe ihn auch nicht da hast du mich getroffen ja wow das wie viel schild 4 hälfte hälfte vom schild einfach keine chance gegen dich weil du viel besser wirst jetzt ich glaube nicht zurück an ding an ich gehe direkt zu meinen ausgangsposition habe ich noch 17 minuten auf dem sand die es passt aber was haben wir gesagt drei punkte das spiel das heißt wenn du das gewinnt ist unentschieden naja verdammt also ich bin bereit ich auch gleich jetzt leichte gegen schwere ja alles hatte ich wahrscheinlich auch sage los los geht's los auch eine andere taktik jetzt ja du ja ich ich auch wie schon gesichtet er wurde das verlier ich schwere kann ordentlich einstecken mit meiner leichten waffen nicht sogar dahinter wie das aussieht leute ja ich weiß ich weiß was passiert ist und das will ich verhindern du das markt ist ja oh hey du wirst mich so hart markus ja ich bin rot also du musst mich erkennen ja markus hat es naja auf distanz ist jetzt weiß und rot nicht so irgend man sieht nur die konturen weil er gerade in der sonne geflogen ist was sie hatte also dass er direkt hinter mir wenn der markus ja ich sage er hat mich voll verwirrt also wenn du ihn siehst dann ist sehr ungünstig für mich nein was waren ach so eine mine gelegt würde ich nicht tun aber es hat eine schwere eine mine ist noch vom spiel und scheiße bist du gestorben eine lebt nach aber in zwei minen gelegen das verliere ich jetzt scheiße er ballert hier auf dauerfeuer futur ein baller gar nicht natürlich immer das ballert hier auf dauerfeuer dann stehst du die ganze zeit alter ja guter ballert echt auf dauerfeuer das ist das dauerfeuer geballert nein hier ist jetzt ballert jetzt ballert auch dauerfeuers werden aber das ist ein fach ja scheiße jetzt war ich dauerfeuer ja ich mag gesagt und bitte wenn es weg ist ok ich muss dann was ausprobieren ob es dann weg geht weil das ist jetzt scheiße wenn ich da vorher habe naja eben du hast mich gehört und die mine haben mir den rest war jetzt ich bin bereit das alter alter stopp also ich bin jetzt nicht so am tig wie es am sandi gewesen deswegen ja ich bin immer noch da mag es ja auch auf mich zu schießen deswegen habe ich gleich los mag es das echt vergang wenn du auf mich schießt ich weiß ich meine leichte verloren jetzt steht es 32 oder er mit der schweren gegen meins an den fangen ich gar nicht da habe ich alle kampf auf band ist sehr gut dass uns an die dann wird sichtkontakt zu leichter feindlicher angriffseinheit wieder gespottet nein ich habe marcus gefunden ich habe es wenn ich gefunden ja die sind verstecke ich nicht halt in sieg taktik er hat nur ein sanis und ich habe eine schwere jetzt finde ich ihr wieder im vorteil eben das ist ja das gemeine das ist ja das spielwenziv ne marcus ah ich habe das foto ganz kurz vorbei werden sehen leichte angriffseinheit des gegners im einsatzgebiet feindlicher sanität er hat mich gespottet ja das war wahrscheinlich marcus mich hat dich nicht gespottet sichtkontakt zu leichter angriffseinheit des gegners feindlicher sanität er im einsatzgebiet oh jetzt wurde einer gespottet von euch hast du vor dem tor hat er mich schon gefunden wieder die granate putz dich also ich zieht euch schon okay dann also nein ich sehe ihn eben nicht das ist mein problem wut marcus Ja. Machst du das? Ne, ich hab dich nicht gespottet. Hä, ich sehe den vernichtet, Sven, Alter. Ich kann den nicht treffen, aber ich kann nicht spotten. Feindliche Angriffseinheit gesichtet. Ist voll der Bug. Feindlichen Sanitäter gesichtet. Hä, okay. Wie kann der mich spotten? Ich hab keine Ahnung, Alter. Er kann mich nicht spotten. Unmöglich. Ne, ich dachte schon, Alter. Ein Schuss ist gefallen. Wieder ein Schuss ist gefallen. Wieder und wieder und wieder. Was passiert, Alter? Er kann nur... Er kann nur... Aber wo ist er? Ich schläf hier grad so rum. Am Haus. Okay, da ist einer. Da geh ich mal lieber weg. Fahr mich abballern. What the... Action! Du bist hier weggesprungen, Alter. Nachdem ich ihm in den Rücken geschossen hab. Sven hat wieder Dauerfeuer. Ja, mein Dauerfeuer hat mir jetzt ja das gekostet, ne? Ja. Alter. Guck, was ich noch neben hab. Ja, nix mehr. Ja. Ich frag mich auch, wie du es überleben konntest, dass ich dir in den Rücken schießt, dich Messer und du dann trotzdem noch mit vollem Schild unten ankommst. Weil ich hab dich oben sogar gemessert. Das heißt, dein Schild müsste komplett weg gewesen sein. Nein, ich hab keinen Schaden bekommen. Ja, ich hab dich komplett... Ich hab dich nämlich mit dem Messer getroffen. Wie du runter gehüpftest, hab ich dir den Kopf gemessert. Alter. So, jetzt noch die Max und dann haben wir Gleichstand. Ja, aber du hast jetzt zum Glück den Sunny, ey. Nein, das bringt mir gar nichts gegen die Max. Ja, ach was. Zum Glück. Der Sunny wird jetzt vieriger. Seid ihr alle bereit? Ja. Ach, ne, ich muss mich grad nachrissen. Zum Matchball. Zum ersten Matchball. Wo bist du? Bist du bei deinem Tanzplatz? Ja, ich bin drüben. Warte, ich muss auch noch drüber was sagen. Lass mich wieder heilen. Ja, ja. Ja. Wir können loslegen. Bist du angerannt kommst, hab ich noch Zeit bis rübergezogen. Okay. Ja, wir können loslegen. Okay. Ich sage los. Neue Taktik. Letzte Runde. Neue Taktik. Neue Taktik. Neue Taktik, ja. Neue Taktik. Ja, ich tu gewinnen. Weil ich kenne den ganz guten Vorteil hier von der Base. Gehen den Mechs zu kämpfen mit dem Sunny ist schon extrem schwierig. Der Markus. Gut, du hast den Nachteil, ich höre dich jetzt ziemlich schnell. Kann Markus mal drollen. Alter. Wie viel war das? Wie viel war das? Ganzes Schuttspiel, Alter. Yes. Okay, ich bin auf ihn. Das ist auch ein Schuss. Waffe. Uuuuh, bitch. Ich habe fünf Schussmagazin und ein einziger Schuss reicht, um dir ein ganzes Schutzschild wegzufetzen. Das heißt, ein zweiter reicht, um dein ganzes Leben wegzuhauen. Cool Schatz, ja. Das muss ich nur finden. Du mit deinem Sunny. Du musst dich halt mal zeigen, wo bist du denn? Ach, da bist du. Bist du wieder in deinem Haus? Uter. Nein. Gefällt dir dein Haus? Du hast ja schon so eine Hauptgeschüsse gehört, oder? Ja, ich habe sie auch auf der Karte gesehen. Aber jetzt ist er natürlich auf jeden Fall wieder weggerannt. Ich sehe schon wieder von irgendjemandem einen Schatten. Steht der? Irgendwo in der Mitte bei A in der Nähe. Aber ich sehe die Person nicht, ich sehe nur den Schatten. Das kann nicht schlecht sein. Aber die Sounds wurden geändert, die Sprungsounds von der Max. Max nicht. Uter, zeig dich. Zeig du doch dich. Ah, du bist immer noch da drinnen. Was willst du da? Ich werde nicht in deinen C4 reinrennen. Nichts? Ich habe es das letzte Mal auch zerstört, bevor du es gezündet hast. Jetzt bin ich gespannt. Ah, es ist wieder Markus. Irgendwie macht Fugler ziemlich gut Damage. Nein. Ich höre auf den Scheiß. Dauerfeuer. Oh fuck. Es hat Fugler Dauerfeuer. Ah, da hat er mich. Oh, ich den Schuss sah, aber nicht den Tod. Mit der Wave natürlich. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö immer 56 schuss reichen erst mal für die runde ja machst du mal kurz was ist ein kultur was bist du schwer weiß ich nicht er kommt sagt schon hat er auch immer gesagt in sie ja in sie kommt dann okay da ist auch naja das an die fahrzeuge und das anti-infanterie geschützt ok ok aber ich habe was um mich zu verteidigen dagegen können wir ja ja ich komme ich bin schon bereit und warte darauf dass du kommst das ist ein scheiß bug mit dem dauerfeuer ding ohne scheiß das bringt spannung rein die max ist noch mal ein schwerer brocken die weg der meck ich bin halt eigentlich nur mit dem spion bin ich gut mit der leichten im nahkampf und medic im heilen also auch nicht im kämpfen und dadurch dass du die mir gleich am anfang weggenommen hat das quasi ich habe wieder marcus gefunden ich hab jetzt explodiert ich warum bist du explodiert ich bin nicht explodiert sondern ich habe was an die Luft gesprengt warum einfach so muss auch mal action hier gemeint boah marcus alter fasst du das jetzt nein ich war es nicht deck dich halt irgendwann mit dem inchie torrent aber stimmt warte machst du ja schon verspricht die sicht so ne ah feindlicher ingenieur gesicht ach nö nein wie der raven sie schießen das bin jetzt bin ich gespannt alter messe messe hast du wie viel hast du denn du noch ich habe noch ziemlich viel ich habe keinen bock mehr hier auf die kacke so hat es ja keinen sinn hier ja leute wir sind wieder zurück ich bin hier gerade mit flugzeug warum ja der planter zwei ist abgeschmiert bei sven und mir beim foto nicht jetzt muss ich hinfliegen weil ich nicht beim sanders bauen kann natürlich was denn sonst denn da bin auch da ich will noch tausend hundert meter hier auf deine position so sind wir führen lassen sich schön fliegen echt so marcus denn sandy steht noch da setz dich am besten rein dann könnte er wahrscheinlich wieder dir und du kannst dann spawnen genau ja wenn ich landen kann vielleicht fliege ich vielleicht in die luft oder bist du jetzt ja ich schieße gerade aus der luft auch nebenbei ja ich könnte ja du hast nur noch schnell bis marcus gelandet der sich reingesetzt hat und ich seine valkyrie zerschossen habe du lass es doch jetzt stehen nö seh ich gar nicht ein wo ist mein sandra du hast die ja schön geparkt hier dein sandra ist hinter dir mal kurz ja und dann rechts da ach dann naja hätte ich jetzt weiter finden können nein gut da wirst du dich mocken nein jetzt mach geh auf deine position als max bist du eh so langsam ja dann lande ich jetzt hier auf dem dach also ich finde die valkyren lassen sich verdammt schön fliegen ey wirst du dich jetzt wirklich mocken jetzt mach's wenn ich heute mach jetzt ja ich such doch schon den eingang da kommt von hier oben gar nicht rein nein ne ging aber auch mal nein ging noch nie nicht nein so ich bin wieder da so gehst du hin in deinen teleport ich geh auf deine Seite ja dann können wir auch gleich anfangen zu fighten wenn ich jetzt oben bin scheiß drauf ich habe groß genug Abstand genau ok los geht's zieht weiter ja sorry wegen den Absturz die zwei Lappen sind rausgeflogen leider natürlich dann hätte ich das werden natürlich ohne Probleme weg gemacht ja ich hatte volles Leben ja und dann machen wir jetzt noch einmal das Ding und machen ihn weg joo future ist klar was denn noch mehr C4 auf eine Stelle ja das war eine Falle ja aber das gute dabei ist ich habe jetzt eine Aufgabe abgeschlossen dadurch dass ich einmal dein C4 aufgehakt habe da ist wieder Markus ich nehme mir auch mal meinen Sonderer wieder zurück jetzt meiner nein alles bitte warum ist der Punkt eigentlich null gestellt und warum schießt der auf mich weil ich dich töten muss ich dachte Markus zuerst töten Markus nimmt auf und fuck und schon ist er wieder weg von seinem Berg fuck Manno hätte lustig werden können Junge 2 ist ein Doppel Headshot ist ein Doppel Headshot ist ein Doppel Headshot ach fuck off muss ich die Schwere nehmen wenn Max mit der Sniper wegholen ist vielleicht nicht so leicht ne das ist kein Sniper ja es war auf jeden Fall ein Präzisionsgewehr Markus chill jetzt nein ich werde Tote sehen ich bin gleich soweit alter ich sehe hier gleich Tote komm willst du dich mocken willst du dich mocken hä punchline rap alter punchline rap punchline willst du punchline sehen alter verpust dich geh weg alter dann lass dich in die Luft fliegen ja dann ist es weg ja also von mir ich kann nicht mehr schießen was warum keine Ahnung ich kann gar nicht mehr schießen jetzt gehts wieder also wir können jetzt ok los gehts ich kann auch wieder prügeln gut gerade eben ging irgendwie nichts mehr boah jetzt holst du wenn noch auf 5 zu 4 äh 5 4 doch 5 4 5 4 5 4 5 4 die 6 hat er noch nicht gewohnt es geht hier um die Blendezeitpunkte gerade Markus ah kannst du schon es ist reißig es ist reißig ey was mit den Blendenzeitpunkten es geht gerade um die Blendenzeitpunkte dass ich nur noch einen hinten bin quasi ja ich höre schon ja ich höre schon das bist du jetzt schwerer ne da muss ich aufpassen ja mit dem Dezimator natürlich mit dem Dezimator den hatte ich auch drauf Decimated also wenn du mich mit Dezimator hörst dann Respeck dann darfst du offiziell das Doctech Decimated tragen Geiße Geiße Schieß doch ich kann dir wieder nicht schießen warum jetzt gehts wieder oh nein oh er hat schon rotes Leben er hat schon rotes Leben nach einem geilen Treffer wuuuuh ey ist das jetzt Markus ja hallo rett ist doch dahin wo er grad war alter was hast du jetzt ne Anti-Max Waffe ich bin schwerer leere ey du hast ne schnellfeuer rocket launcher natürlich aber weißt du was der ist für der Arsch echt nein er macht schon Schaden ey wie er sagt hemmt ha ha sagt er recht warum der Mex ist hier sagt er hallo soll ich hier irgendwie hochkommen wenn der Mex ist hochkommen schwierig es sind überall Bäume das ist scheiße Geiße man wie viel hast du denn noch ey ich bin gut über Ausweiche du gibst mir die ganze Zeit nur Umgebungsschaden keinen Direkttreffer naja weißt du wie weit weg bist wo bist du jetzt schon wieder hin du weißt schon dass ich genauso die Probleme auf die Distanz habe das Gute ist dank dir kann ich jetzt mein Leben wieder voll machen nein kannst du nicht doch ich bin wieder voll nein 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 nicht sterben nein 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 oh 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 Michael ich bin's und mal ich bin ja ich bin Erbrotes Leben alter Alter das ist ja die ich nicht schienen hoher mit der weg würde ich auch gut ja der war mal so richtig daneben das kriegen lässt sich meine zwei schütze immer im wechsel damit ich Dauerschaden verteilt ich bin es das kann doch weile dauern nein ich bin wieder vorne ich sehe nur die schütze weil wenn ich im Blickfeld gehen und ich hab geschossen und bin tot ja du lässt dich nur nicht da hinstellen wo er ist wenn du dich irgendwie rechts von mir auf dem berg da hinstellst oder so passiert hier nichts oder auf dem baum da was hast du drauf dass du dich automatisch immer repariert nein haust du ab haust du ab pack dein c4 woanders hin dieser bereich ist sperrgebiet verlasse diesen abschnitt das habe ich schon davor deaktiviert mein freund nein ich reine noch in die arme oh das ist das jetzt nix das nix das habe ich leider nicht auf oh nein so jetzt wächst das ist wächst wackel ist er fiss dich das musst du auch sterbe nein nein ach du scheiße tief okay wenn ihr alle bereit seid los ja los und verkämmt euch jetzt nicht ey es entscheidet sich das battle nicht mit der max das ganze battle entscheidet sich jetzt mit dem max kampf das kann doch nicht sein ja doch und wenn du den jetzt gewinnst entscheidet sich das ganze battle nochmal durch eine disziplin ah ne das war das oh ne aber das gewinn ich winz jetzt nicht wenn es jetzt zum finale geht dann gewinn ichs nein hoffe ich doch wo bist denn du jetzt hin vor der weg von dir mal am anfang ja aber weg von mir bringt ja nix hab ich erwähnt dass die terranische max von hinten so scheiße aussieht ja das bringt jetzt gar nix ich weiß weder und du bist noch wo marcus ist ich höre euch nur die ganze zeit und sehe manchmal jetzt habe ich glaube ich auch ingus sehen ich bin ich ja klar es ist ja einfach ich bin der max also jetzt kann man sich gar nicht mehr verwechseln der marcus auch gefunden irgendjemand captured a ja ja mark ist wahrscheinlich ganz kurz ne marcus machte mal weg bei a wer ist da mit der rana einer von meinen ja cool ich will kills ich habe auch kein leben alter ja trotzdem kill ihn der weiß ich nicht dass du da bist hast du ihn ja ja der ist da der neutralität den punkt mal wieder geht nicht ich habe keinen punkt in der nähe oh bitch fight what it das ist ja gut du musst auch mal live benutzen das hat bp hältst du denn doch aus das ist auch nicht mehr du hast du das ist mir jetzt egal das ist auch nicht mehr normal nein wo 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 mit einem schluss gekillt oh fuck 5 zu 6 verloren dritter so ich würde sagen zur besprechung wechseln jetzt am besten wir mal noch zur warno rüber und drehen wir noch eine runde mit einer walkyre nein ich muss noch was machen ja aber Markus muss jetzt noch hier den sieger ehren und so ja zurück zu minecraft nein dann müssen wir selber an machen das ist das problem ach so darum walkyre bei warno einfach warno gehen und marcus kann dabei schon mal zum warp gate ich bin wieder da auf inda aber leider das heißt ich muss dann noch mal kontinent wechseln also das muss ich mir auch wahrnehmen zu ab geht die können nicht mehr zu ab geht gehen warum nicht ach so stimmt ja ich geh jetzt auch mal also amary schwab geht ja ich komm und da man das war so knapp ich habe so gut gespielt dass ich fall durch den boden bin schon wieder unter der welt man das finde ich jetzt richtig assi ja ja genau da kann es uns echt nichts sagen mit der max war ich gut aber ich fall auch durch er ist noch ein zweites mal ich hoffe jetzt hat die welt geladen du bist auch im boden gelandet ja jetzt bin ich da ich auch da markus feiert schon hier unseren sieg gut also markus macht sein fazit dann können wir weiter machen ja 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 das ist ja markus wie es fazit machen wenn der ich die ganze zeit abschließt kicke wie hoch ja komm macht jetzt muss weiter da kann ohne können wir stelle ich dahin so an die ecke du bist falsch du bist falsch futur dahin wohin genau dahin du bleibst es war ein schönes bette natürlich hat jetzt wenn natürlich gewonnen verdient naja der entstand steht was für das entstand die machte sieben acht so dass sieben drei sieben zu drei er haben sie drei drei genau gut es war ein schönes spiel das ist wenn es ging man nicht gehen auf kinkse kann sein titel verteidigen diesmal gegen mich futter muss hier das einfach werden vorbereiten und sich auch ein fassen eben und vielleicht noch ein bestrafung spiel das überlegen uns doch ja vielleicht das werden wir alles wenn ihr da alles sehen als kannst du meine fris halten gegen augen kengen naja du bist king nicht kündig ich bin auch gegen es werden kann zu verteidigen klinge auf kieks werden und das war dann er das war es an den Lappenbettel von uns genau das hat euch Spaß gemacht ja und wenn ihr von ihr könnt ihr auch mitmachen wenn ihr wollt ihr müsst einfach nur sagen ob ihr mitmachen wollt ob wen gegen wen ihr spielen wollt ob ihr gegen Foto gegen Sven oder gegen mich spielen wollt dann machen wir das natürlich auch mal zusammen das ist kein problem ist kein problem ist einfach sagen machen wir das zusammen und ja so die letzten worte bitte ich futur letzten worte ja ich hoffe es hat euch spaß gemacht und ihr schaut auch beim nächsten mal wieder rein wenn ich wenn ich das vorbereitet habe es wird richtig lustig bestimmt und deswegen bin ich jetzt auch noch raus bis zum nächsten mal tschö dein Fazit Sven King mein Fazit ist richtig geile Sache hier ich bin Sven King und ihr Bitches dient mir jetzt bis dahin würde ich sagen sehen wir uns das nächste mal servus und Partiii auf ich keine Vielen Dank.